So ein paar Autos rum Ich weiß nicht warum der Sohn sich unbedingt ein eigenes holen musste Da stehen auch genug Autos rum die er fahren kann wahrscheinlich Das ist Michaels Unterschlupf Hier kannst du Fahrzeuge speichern, ne du in die Garage parkst Oh Mensch, das sieht schon ein bisschen besser aus als der von Äh Als der von Ah hier Franklin Michael Ja so, da begehen wir nochmal die erste Version als Michael Können also immer zwischen den Beinen hin und her schalten, ganz interessant Ich find Michael eigentlich so interessanter als Franklin, das mal was anderes und reichen Schözel zu spielen Natürlich wird's erstmal Nacht und wieder Tag Ja, das bin ich Er ist ein Penner, er hat keinen Platz wo er hin kann Das klingt so nach einem typischen Familiendrama Und er gönnt sich erstmal Zigarre und Kopfhörer Und er ist mal Schön eintrinken Dann wird das Leben noch gleich viel erträglicher in Los Angeles Oh Franklin Oh Franklin Guten Tag nigger Ja 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 Braessential Ja Du siehst wie ein guter Kind, aber wenn du meine Begegnung willst, gibst du dir die Scheiße ab. Du arbeitest hart, schraubst auf jeden, den du liebst. Hörst, robben, töten indiscriminativ. Und vielleicht, vielleicht, wenn du Glück bist, wirst du ein 3-Bit-Gangster. Das ist Scheiße. Geh zur Schule. Dann gehst du die Leute ab und bekommst. Ja, das ist... Man nennt es Kapitalismus. Demut. Okay. Ja, deswegen bin ich hier. Vielleicht bin ich hier, weil ich nur ein Idiot bin. Ich denke, dass importierte Bäume sind ein guter Substitut für nicht wirklich wissen, was du auf der Erde machst. Jesus, Mann. Du bist ein guter Zeit, du kennst das? Ich sag dir was. Ja, Mensch, ein Bier. Immerhin. Ja, Mensch, ein Bier. Immerhin. Ja, Mensch, ein Bier. Immerhin. Es ist nicht zu weit von hier. Los geht's. Alles klar, Mann. Ich folge dich. Ich folge dich. ', Florian. zu diesem Jahr. Ich muss kein Motor. Ich gehe nichts mitmachen. Und sie wollen es nicht kaufen, sie wollen es einfach nehmen. Ich bin in der Hand. Du bist verrückt! Alles klar, ich komme. Für meine Bruder! Alles klar, dann. Veränderung der Pläne. Mein damaliger Junge ist in der Nähe. Und dann lass es klauen! Gut! Guter Sohn! Nur steig ein, Digga! Was soll das? Hab nie Kinder, das ist schon mal ne gute Sache. Gut, Franklin. Hätte schwarze Kinder, das wär ja wieder was anderes. Also ich hab nicht sehr geschwarze, ne? Nur so, ich mach nur gerne ein paar schwarze Witze. Darf man sowas machen? Dann mach ich halt auch Witze über Weißes. Ist das dann okay? Weil dann ist das ja wieder Gleichberechtigung, oder? Ui! Oh, das war ein Drift! Bisschen aus Rücklicht, aber sonst. Du kannst immer wieder ein Boot kaufen und auf Kredit, aber dann kommt doch echt. Du willst mich mal impressen. Richtig. Mann, ich dachte, du musst dich krank sein. Warum in der F**k willst ich mal impressen mit einem Slipperwaren? Weil ich kann dir immer noch etwas oder so erzählen. Vielleicht helfe ich dir die Tür zu all den Freunden, die mit dem Boot-related Problemen enttälen. Also ich werde dir helfen, das Boot zurück zu bekommen, oder? Das bist du, mein Freund. Tut mir leid. Oh. Oh, da ist es! Da ist es! Das ist mein Boot! Dein Boot ist in der F**k'n Hörschung, Mann! Ja, wir werden ihn wiederholen. Also wenn ich den nicht kriege, dann weiß ich auch nicht. Scheiße Lass sein sollte, damit wir ein kleines Auto hier ein bisschen kriegen können. Der Idiot, der. Wir haben einen Plan? Ja, sicher. Als ich uns nahe, du bist der Bordernpartner. Es ist mehr als die Fahrrad-Parte. Du bist gut. Wenn alles passiert, dann habe ich ein Stück in der Klubbox. Ich habe dich aufgenommen. Oh, ja, Mann, gut. Alles gut. Alles gut. Also du denkst, dass du alles funktioniert? Ja, das ist der ganz alte Weg. Junge, Junge. Festhalten, Mann. Oieieie. Jaaa! Da haben wir's. Drück, um auf Kinokameraum zu schalten. Okay. Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße! Verfluchte Scheiße! Können wir jetzt auf Franklin wechseln eigentlich? Hohe, Scheiße! Oh, Gott! Ich hab's der Schrauben bounds. Oh, Strom! Und der Bahns den Motorrad füllen. Was gibt's denn nicht? Was gibt's denn nicht? Nein, Franklin! Geh' weg von ihm! Jetzt ist das Mann so vor, wer in der Uhr heilt wird! Ich wollte das gerade lesen, aber ich konnte es nicht so ganz lesen. Jetzt muss ich jetzt mal wieder hinterher kommen. Ich kann so und dann kann ich wie schießen? Oh Mann, nein, 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 nein. Mann ey, das war gerade dumm. Weil ich immer dann alle Knöpfe drücke und ich weiß, wie ich aus dem Auto schieße. Ja, komm, komm, das müssen wir nochmal machen, würde ich sagen. Jetzt jemand weh geschlagen, das ist mir ja schon klar, Latsch. Ach, ach, Mann. Erneut versuchen, natürlich. Vielleicht werden wir heute die Falle, aber vielleicht werden wir jetzt hier wieder, äh, zurückgespawnen. Na ja, gut. So, wir müssen das Ganze hier nochmal machen. Das ist meine Schuld! Dein Auto ist in der verdammten Hälfte, ey. Ja, wir werden sie sehen. Oh, das wird sie eh noch erledigen. Ja, ach komm, das ist kein Verkehrsunfallkommando. Ich habe ein Stück in der Klubbox, ich versuche dich. Oh ja, Mann, gut. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Also, du hattest alles, richtig? Na ja, du sagst, du willst den alten Weg lernen, den alten Weg zu tun. Das ist der alten Weg. Na los. Na, Franklin, los, muss er drauf. Ich kann das nicht aus hierher machen, gib mir den alten Weg. Junge, 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 Junge. Er könnte sich hier richtig kaputt fahren. Ich bin nicht hier für Spaß, Mann, gib mir den alten Weg. Ja, da ist er drauf. Kinokamera. Sehr geil. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Oh, fuck. Dum, 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 dum. Nö, ich bürg mein Arsch hier nicht raus. Ich will mir auch den Wichser in den Weg zu werfen. Äh, eins gedrückt, um zu schießen. Ja, ist nicht so einfach zu zielen, zu fahren und dann gleichzeitig noch Gas zu geben. Und dann noch zu schießen. Ich hab kaum so viele Finger, um das zu machen. Alter, ich komm hier... Ja, ich kann... Ich kann nicht zielen, fahren und schießen. Gleichzeitig. Ah, zu nah. Jesus! Oh, jetzt müsste ich ihn, glaub ich, getroffen haben. In der Folge, die ja, das mach ich doch. Ich glaub, ich hab ihn dann durch Auto-Aim getroffen. Okay, jetzt schau dir meinen Sohn. Oh, kass. Dad? Dad, Moment. Du bist ein Typ aus Smart House, oder? Ja, und das ist eine falsche Geschichte, Bro. Jimmy! Oh, Scheiße! Hey, Mann! Schau dir auf den Bogen! Du weißt ja, guck auf den Bogen! Du weißt ja, du weißt ja, wirst du das nicht mehr auf! Ich versuch's doch schon! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße, ich will nicht mehr auf! Fahr unter Jimmy. Ich halte das Fahrzeug ruhig. Oh, mach, mach mit dir! So ungefähr. Geh unter ihm, Mann! Geh unter ihm! Oh, mach ihn jetzt auf den Bogen! Das Bogen! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Ja, du wirst nicht mehr auf den Bogen! Na toll! Ja, Ich werde dich nicht rumzicken, weil sie das bestimmt so wohl, okay, ihr könnt das haben, holt mich hier runter. Nein, holt ihn da nicht runter. Ja, ich bin doch da. Jetzt spring doch hier fucking rein. Ja. Er ist doch innen drin. Aber das Boot nicht. Hä? Michael hat nicht alle rechtzeitig retten können. Ja. Dann muss ich das wohl nochmal versuchen, oder? Das ist eine richtige Kackmission, irgendwie. Ehrlich, das ist nicht... nicht einfach. Eine richtige Kackmission, halt. Wirklich. Okay, jetzt geh find Jimmy. Ah, das wird mich töten. Du bist der Typ aus dem Kaufhof. Ja. Ja. Und das ist ein... Jimmy. Oh, fuck! Oh, Mann. Oh, diese Autos hier, ne? Die nervt mich, ja. Gehen wir auf... Oh, nee. Was macht der da drauf. Was macht der da drauf? So, den haben wir. Und jetzt, wenn wir den anderen noch retten. Und unseren Partner. Ja, los, 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 los. Attacke, attacke, attacke. Komm, 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 komm. Ja, ist ganz schön schnell. Hallo, beschleunige doch mal ein bisschen mehr hier. Scheiß Wagen. Ah, zu nah. Genau hinter uns, Homie. So, jetzt haben wir alle gerettet. Aber, wir werden wahrscheinlich die Yacht verlieren. Okay, dann lassen wir uns das Boot jetzt aufhalten. Ja, super. Das war's mit dem Auto. Hey, das ist der Motor, Mann. Wir sind nicht in diesem Fall schlafen. Nicht unterbrechen, nicht mehr. Ah, mein fucking Boot! Hey, es ist nur ein Ding. Zumindest hast du noch ein Son. Hey, da ist ein Chop Shop da hinten, Hund. Oh, die Fahrer sind da hinten, wir werden mit dem Fahrrad fahren. Ja, wir müssen die Karre, die schon ziemlich im Arsch ist, jetzt Lust an uns Custom reparieren lassen. Und ja, wir haben so ein Son und Son wieder, aber unsere Yacht ist weg. Jetzt freu ich mich, was besser ist. Ich glaube, ich hätte lieber eine Yacht, oder? Bitte stopp, das tun wir. Hör, ich habe mich verbrannt, okay? Ich werde nicht lieben, das war ein wirklich schlimmes Verpflichtungsruf. Aber, schau, Vater, ich habe fast tot tot. Und all du mir schaffst, ist, dass wir nicht verbrannt haben, was wir nicht verbrannt haben. Nein, nicht so, das ist... Alles, was wir tun, ist, schreien uns an uns. Kein Wunder, dass ich keinen Job bekommen kann. Es ist alles dein Job. Natürlich ist es die Schuld deines Waders. Du keinen Job kriegst, Alter. Junge, nimm dein Leben in die Hand. Ich meine, ich möchte dich nur empfehlen. Ich schaue meine Boote an ein paar Gangbangeren. Ich weiß, es klingt dumm, wenn du es so sagen möchtest. Aber alles, was du tun, ist, ist, dass du dich träumst oder wachst. Schau, ich liebe dich, Jimmy. Aber du bist ein Scheiß. Und jetzt, mit meinem Boat zuhörst, das ist alles, ich kann sehen. Frank, wenn du mir ein Verrückst, oder gibst du diese Frau nach Hause, nachdem du das Ding schaffst, ich will den Weg in der Straße gehen. Peace.